Burg Lindenfels, ein bisschen die Drum-Rum-Aussicht. Dahinten die Ortschaft Krankenhaus und ich stehe auf der Burggrüne. Unten finden gerade irgendwelche Mittelalter Rollenspielplätze in Sachen statt. Aussicht über die Ortschaft. Ja, ja, der fliegt überall. Oh, der Feuer schon! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt im Keller der Burg Lindenfels. Das Gatter war offen. Ganz schön dunkel hier. Irgendwer hat hier irgendwelche Banner hingehangen. Noch ein Keller, Veranstaltungsräume wahrscheinlich. Total dunkel. Brunnen und ein alter Baum hier in den Rohl. Und nochmal die Burg. Ja, okay, mach das so. Ja, kommst du ja raus. Ich hab mich hier noch gesehen. Hm? Das ist der Burg Lichtenfels. Die ist kein einziges Mal erhobert. Wir haben die Bewohner in Höfen die Steine, um das Bau ihre eigenen Häuser zu verwerten, weil die Burg stand und stand und irgendwann hat man keine Verwertung für das Ding gehabt. Die Tor ist leider noch in der Renovierung. Und da oben nochmal die Burg. Und so sieht es unterhalb der Burg aus. Eine evangelische Kirche zur linken Seite, eine katholische zur rechten. Hier ist ein kleiner Steinmal vom Gipfel des Berges runtergefallen. Und ich bin hier auf diesen wunderschönen Durchgang, wo man normalerweise mit Burgenschützen die Eindringlinge beschossen hat. Und jetzt laufe ich nach Lindenfels rein in diese Weltmetropole. Lindenfelsen so das war es aus lindenfels ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal wenn ich mit meiner frau oder alleine irgendwelche baudenkwille erkunde